Ein wunderschönen guten Tag zu... Wer ist der Noob? Wer ist der Noob? Ja, so sieht's aus. Mit Marcel natürlich wieder. Mit mir, ja. Die Revanche. Ja, jetzt ist die versprochen Revanche. Gut, äh... Was sagst du, ich darf Bombe legen? Du darfst die Bombe legen. Ich lasse mir mal den Vortritt. So. Ich kenne diese Map kaum, ne? Ach, echt? Ja, ja. Okay. Das ist aber auch nicht das Problem, weil... Ich musste gar nicht das nehmen. Ja, äh, ich starte direkt bei Bombe-Muss-Bopp-B. Also, durch die Mitte ist ein bisschen schwach. Da musst du ganz schnell mit einer Sniper da sein oder so. Ist eher hier für CT gedacht, ne? Boah. Oh, jetzt häng ich hier auch noch doof fest. Also, die Map wird ja auch häufig gespielt in den MW2-Battle-Sonnen. Ja. Na, und so. Den Namen möchte ich hier nicht nennen. Nein! Gut gemacht, Team. Bereit machen wir für die Poster-Runde. Aber du hast mich nicht geklettet. Doch. Ja? Ja. Läu, wirklich. Na ja, also, wenn schon, also, wenn schon, denn schon, ne? Boah, ich bin ja auch blöd, ey. Guck in meine eigene Blend-Granate rein, ey. Blend-Granate. Renate. Da tut weh. Da ist einer gefallen. Lol. Okay, dann bist du hier in der Nähe. Nee. Du meinst doch kein Lol, das ist nicht geschätzt. Ach so, okay, gut. Ich glaubst du mir jetzt grad ehrlich? Weiß ich nicht. Voll weiß ich nicht, dass... Ich bin hinter dir. Alter! Du warst wirklich hinter mir, ich hab dich noch gesehen. Fuck! Echt, war ich wirklich hinter dir? Ja! Ich hab dich hier gesehen, sonst wäre ich halt nicht auf dich zu gerammt, ne? Mit was fliegst du da? Mit der Tar 21! Alter, das ist die größte Noob-Waffe. Das ist voll ne gute Waffe irgendwie. Warte, dann wechsel dich mal kurz auf. Das hier. Nein, nimm ruhig, nimm ruhig. Nee, nee. Das heißt, es ist gleich wieder... Ja! Nee, ich wollte sowieso auch wieder mit der UMP spielen. Oh Gott, ich häng da fest! Na, wenigstens wirst du noch geflasht. Ach! Mit der M16 der Fallen her, ja? Auch wieder so ne Dreischussbetriebigung. Warte, die M16, das ist die M4. Echt, lol. Okay, die sah unten links aus wie die M16. Sorry. Ah, die beiden haben eh nicht... Oh! Naja. Was? Ich hab nix gesehen, ne? Hätte ich nicht geholt, dann hättest du, wie würd sagen können, Lackshot. Ja, ich hab echt nix gesehen. Ja, die ist auch vor dir aufgekommen, ne? Ja. Spielst du mit Handgranaten oder Blendgranaten? Okay, Blend. Okay, alles klar. Oh, lol! Die ist vor mir explodiert, ich bin nicht geblendet gewesen. Voll easy. Was, bist du an mir vorbeigelaufen? Der ist ja wohl gelogen. Bescheidung zu Ende. COMPR- COMPR- Das war's für heute. Na, bist du oben bei A drin? Möglicherweise. Ich habe nämlich Steps. Ja echt? Ich laufe aber gar nicht. Ich campe. Ja, ich hatte gerade eh ins Steps gehört. Okay. Die Map ist echt mysteriös. Die Halbmix jetzt. Ich war geil am Campen, ne? Ja. Du hast mich wirklich gehört, besser gesagt. Hm. Gut, dann probieren wir doch mal ne neue Taktik aus. Willst du wirklich durch die Mitte rennen? Ja. Okay. Alter. Wow. Oh ne, ne, das kann nicht angehen, das kann nicht. Ich bin von hinten gekommen ey, ach fick dich doch. Ich hatte dich gerade im Visier ey und dann habe ich die Blendgranate kommen sehen, dann wurde ich einfach nur noch weg. So spielen wir das Spiel nicht, Alter. Ja, ja, komm ey, jetzt, jetzt geht's ab, ey. Oh Gott! Oh mein Gott, Dominik, hast du's auf Aufnahme jetzt? Yes, jetzt gönn dir das. Ah, ich guck's mir nachher beim Rendern an. Hä? Ich guck's mir nachher beim Rendern an. Aua, ey, Alter, kann's mir doch nicht wehtun hier. Ja, wenigstens dicht getroffen, ey. Hier nochmal eine. Oh nö Du bist der letzte, bring die Mission zu Ende Was sagst du, ich hör dich? Ich bin da nicht weggekommen, ich wollte da gerade weg Ich bin irgendwo hingeblieben Ah ja, wenn man springt Alter, einer Couch, siehste Da steht noch eine Couch, diese blöde Miss Cuda Voll scheiße Obwohl einmal soo Scheiße, ich bin wieder zurückgerannt, um noch eine Flash zu werfen, weißt du? Oh shit So Ah Ah Wir haben die Rolle Du bist auf dich allein gesteckt Das ist so ganz schlimm am Laptop, weißt du? Dieses Touch-Petal, ich hab's immer noch nicht ausgemacht Weißt du, du bist einfach mit deinem Penis dagegen gekommen, oder wie? Weiß ich nicht Ach Du hast dich aber auch kaum bewegt, weißt du, das war so Eigentlich ein Safe-Kill, ey Oh oh Zuschauer. Alter, darf ich so... ey, da war auch immer mein Magazin, ey. Ich hab einfach immer weitergeballert, ey. Ich hab voll vergessen, dass man da hinter die Kiste kann. Boah, Alter, ich sag's, du wärst unten noch. Ah, scheiße, ey. Das darf ja nicht. Ah, hier, ey. Gönn dir. Wunderbar. So auf deinen Kopf, aber dann hast du dich hingelegt. Puh. Dann hab ich dich da links gesehen. Hast du gesehen, wie ich geschossen hab? So. Easy. Aber das ist ja jetzt uncool, oder? Also das muss ja jetzt nur nicht sein. Jetzt muss ich mich überall hinterher bewegen, ey. Nein, der hat nicht gezielt! Oh nein, das darf man nicht zeigen. Das darf man nicht zeigen. Oh Gott. Aber wenn du liegst, treff ich dich, ne? Weißt du? Ja, das stimmt, ey. Das darf man niemandem zeigen. Immerhin auf die Runde Gold, sonst hätte ich... Oh shit, hab ich dich getroffen, hab ich gehört. So, leck mich doch ein. Hey, diese ganzen Schüsse, ne? Die machen mich wahnsinnig im Hintergrund. Wie ist sie, ne? Pingu, pingu. Silvester hier, ey. Alone? Oh Gott, der hat... Ach, komm, ey, der war scheiße. Ey, was, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab extra noch reingeguckt. Ja, ja, ja. Aber wir machen das nicht so toll, bis auf fünf Sekunden warten und dann entschärfen, weil das ist ja auch nicht, weiß ich nicht. Ja, das hasse ich wie die Pest. Wir machen... Äh, ich hab dich, äh, gesehen einmal. Hast du nur gesehen, ne? Wo zieht ihr nicht? Tch. Oh, Mann. Nein. Ah, der bleibt fein, was der... ...schwarz. Ja, easy, ne? Ist das jetzt hier meine Klasse? Ja, ich denk aber schon. Oh, ups. Oh, ups. Ne, ka... Alle guten Dinge sind vier. Boah, Alter, ey. Kannst mich doch nicht so flashen. Ach, halt's mal, Dominik. Du kannst mich nicht verarschen. Äh... Bist du dir sicher? Boah, Alter! Mein ganzer Bildschirm ist jetzt grün. Grün, ja, ja. Weil du unten stehst, oder was? Kann sein. Die Bombe wurde platziert! Oh, ich... Oh, ich bin der Meinung, bist du von unten rechts gekommen? Ja. Ja, da hab ich dich wahrscheinlich... Ich war schon da, als du geblänterst. Dadurch... Danach bin ich einfach gesneept. Ah. Scheiße! Wie steht's denn jetzt? 8-9, für dich. Besuchen und zerstören. Boah, das kann ich ja nicht. Viel zerstören. Wir haben die Bombe. Hm, da geht er weniger lang. Du bist auf dich allein gestellt. Ja, weil dieses Tüt kommt, na, denke ich, du hast gepenntet. Warum geht er weniger lang, nur wenn du mich nicht triffst? Ah, scheiße! Was hast du gerade geschwissen? Nee. Oh, konnte er doch entlang. Oh, konnte er doch entlang. Du lässt dich drüben gammeln. Auf diesen... Da, wo ich dich einmal getötet habe, weil du mir ein Blutpost. Da sollst du nicht gammeln, du meinst. Ja, 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 komm, fix dich. Da bist du zu schnell vorbeigeholt. Ja, ich gammel da immer noch. Nee, jetzt bist du gerade weg, dran. Alter! Wo ist da, denke ich? Ich denke nicht gerade. Lol, du hast mich bestimmt gesehen. Man sollte nie nachladen, um eine Ecke gehen. Nichts passiert. Oh, jetzt macht die Musik mich auch noch hier. Fertig. Oh, Gott sei Dank. Ich bin da oben, weißt du, und konnte einmal durchgucken gerade. Boah. Wenn du weggerannt bist, habe ich dich auch gesehen. Scheiße. Ich wollte gerade bei B planten. Ich dachte, du plantest, ich wollte gerade einen Nade dahinwerfen. Ah, okay. Oh, mein Gott. Jetzt muss ich mich mal ranhalten. Ja, echt. Also, das ist ja voll easy. Oh, ich hab halt Sätze zu spüren. Auf jeden Fall jetzt schon. Das war ich nicht. Ach, Quatsch, ne? Ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer, wer das sein könnte. Oh! Ich hab so gehört, an der Seite, what the fuck, da läuft irgendwas, und dann. Ich wollte erst schießen, aber dann, ne, das konnte ich mir nicht nehmen, ey. Wie du siehst, habe ich noch zur Seite ein bisschen geguckt. Ach so, und dann, habe ich dich noch gesehen. Ich dachte, ich hab dich nicht getroffen, ey. Ah, zum Glück ist das meine Wunderklasse. Deine Wunderklasse, Junge. Ja, du, die ist auch ganz schön schnell, du. Okay. Also, im Rennen, ne? Ja, ja. Ist das Michael Jackson? Auf japanisch? Das ist Michael Jackson, aber ich glaub nicht japanisch. Ich glaub, das ist chinesisch, wo du da stehst. Ach, genau. Unter mir, fast. Du hast nicht mehr viel, ne? Du, easy, ne? Gut, ja. Oh, verdammt. Ja, auf jeden Fall. Lol, wie du reingeguckt hast, sagst du, du hast bei mir vor lange reingeguckt. Echt? Ja. Also, im, im Dings, im, äh, der Wiederholung, hast du vor lange reingeguckt. Okay. Ich hab erst dich ganz spät gesehen, also später. Egal. GG, ne? Ja, Denitiv. Boah. Uh. Jetzt kann ja der Nächste kommen. Wo ist der Koreaner? Der Nächste kommen, du hast eben eine Revanche gefordert, jetzt fordere ich eine. Okay, alles klar, kein Problem. Ja. Ja, trotzdem war das erstmal eine geile Folge, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Das Messer war auf jeden Fall geil, das Battle immer in der Mitte war ziemlich cool. Das stimmt. Also, ja. War schon ziemlich lustig. Und dein Aim war auch ziemlich lustig einmal. Äh, da oben? Oder wie? Ja. Ah ja, ja. Dafür schäme ich mich. Aber eine Runde hat ja auch nichts gebracht, weißt du. Naja. Ja, das war's wieder. Wer ist der Noob? Ähm. Ich bin der Noob. Naja, du kannst ja bei der nächsten Revanche dich nochmal einmal... Ja, da kann ich mich einmal austoben. Ja, das war jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen, weißt du. Wir hatten ja vorher noch keine Runde gespielt. Ja. Ja, also... Ja, ich bin... Also, warte mal. Wie spielen haben wir es jetzt? 1730... Ach, ist es 1730? Ja, es ist 1730 schon. Ja, voll krass. Okay, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, ähm... Ja, ja, das war's erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal bei... Wer ist der Noob? Ja, ja, das war's. Tschüss. Na, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich... Das, ich kann das, ich kann das... Und hier, ich kann das... Vielen Dank.